Es hilft mir keiner, es hilft mir keiner. Also ich bin leider nicht mehr auf der LAN-Party, da müsstet ihr jetzt Sebo oder Schiff Strobel helfen bei deinen Einstellungen. Also ich bin hier drüben im Gym Room. So geil. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, da tu mit deinen 28 Jahren mittlerweile echt so mächtig sein musst, dein PC in den Griff zu haben. Ich hab ihn auch im Griff. Oh mein Gott, Schiff Strobel. Ja, aber hey, Max ist 29. Ja. Oh, wow. Ja, weiß ich doch nicht. Boah, Gott, ist das hier alles gammelig, Mammelig. Ich hab grad ne Negev aufgehoben. Oh. Alter. So, wo droppen wir? Petal Fields, wenn die zum ersten Mal droppen. Bitte. Bitte. Ey, bitte, Mann. Ey, bitte, Mann. Ey, bitte, Mann, dropp doch Petal Fields. Okay, runter, runter, runter. Das war am neuen Schrubbel, ihr müsst jetzt gut spielen. Das war am neuen Freshtags Video. Mhm. Ist doch geil. Ich habe auch einen Schrubbel, Brumata. Ihr habt beide Earnings. Ich will jetzt das sehen von euch, okay? Ich will euch andere Earnings geholt in dem Spiel. Ja, und ich hab's reingeschafft, wo du's nicht hingeschafft hast. Und zwar einmal in die Qualifikationsrunde von der Weltmeisterschaft, du Wichser, Alter. Du hast es nie reingeschafft, Alter. Du, du, warst du drin. Du, warst du drin. Du, Alter. Du, 132. Du, 132. Du, 132. Du, 132. Was ist mit dir? Du hast mich bis heute nicht zum Essen eingeladen, für das ich hier 500 Dollar geholt habe. Aber ich habe das Geld auch nicht bekommen, weil ich es vergessen habe, mir abzuholen, Bro. Also sind wir quasi even. Oh, hier ist einer. Der hat sein Ninja-Schwert, rennt auf mich zu. Ey, die rennen hier überall rum. Ihr habt einen Diegel. Hier sind überall Leute. Ja, sag kurz Bescheid, wen ich dich zerstören soll. Komm, einen noch für den Hype rein. Einen kurz... Einen noch für den Hype-Frame. Einen noch für den Hype-Frame. Die haben gesagt, wir machen so was nicht. Okay, dann holt einfach 1000 Sub-Gifts alle raus. Pause. Oh mein Gott, das Jagd-Gewehr. Das Jagd-Gewehr. Ist das geil, ja. Oh, ich werde Nades mitnehmen. Dann werde ich den Nade-Killer machen. Oh, jetzt ist mein Geld gut aus. Und ich habe auch die 140. Das war so, ich muss einfach beim PC neu starten. Geil. Oh, ich bin gerade so happy, ne? Das ist der Performance-Modus. Nein, das ist der Performance-Modus einfach auch um Atra. Ich habe den nicht an, oder? Doch, ich glaube ich habe ihn an. Ich auch nicht. Ich habe den nicht an. Und bei mir läuft. Ich habe ihn angemacht, deswegen musstet ihr so lange auf mich wahren. Weil ich muss ja nochmal neu starten. Hier ist ein Busch, wenn der Bock hat. Nein, Mann. Hier ist eine blaue Tech. Oh, die wollte ich noch nehmen. Für 375 Eisen gibt es hier einen Schuck-Schuck-Schuck. Eisen, sagt der jetzt. Raste ich gleich richtig aus. Eis, Digga. Was macht ihr hier? Warte mal ganz kurz. Gibt man keinen Siphon, wenn man jemanden tötet? Nö. Natürlich nicht, hä? Lost? Lost? Wie lost bist du, Chef? Hä? Gibt es denn keine mystische Kampfe? Naja. Digga, ich habe Fortnite gespielt. Da hast du noch in die Hosen geschissen, Sebo. Juma, Alter. Ich habe Fortnite gefühlt, da warst du noch flüssig. Halt's Maul. Digga. Sebo ist, wo du sie bist. Der schrubbelt zwei Jahre älter als Sebo. Das ist so weird, ne? Sebo hat einfach ein Kind, was zur Schule geht. Und Chef schrubbelt schreit. Und Chef schrubbelt auch, aber er weiß es nicht. Ist das schon wieder hier alles krank. Boah, eine blaue Eier. Sollte langsam in die Richtung da moven. Boah, jetzt läuft das so flüssig, Alter. Da ist so ein Unterschied zwischen 30 und ... Boah, Alter. Ich piss euch gleich an ins Maul, Alter. Ist das geil. Wieso wirst du mir das ins Maul pissen, Alter? Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber wollen wir ähm ... Ist ein bisschen heftig, Sebo. Wirklich krass. Wir sind wirklich heftig. Digga, ich werde bald 29. Wie krank. Boah, das ist echt ... Bei dir und Smartlers ist witzig. Weil eure Signature-Moves gehen anders. Bei mir ist halt witzig, weil ich halt immer noch ein krasser Gamer bin, weißt du? Ja, das stimmt. Eure Identität beruht darauf, dass Chef Strobl so ein 20-jähriger Player ist. Oder es versucht. Und Romantras Karriere beruht darauf, dass er mit 21 einen Master in Luft- und Raumfahrttechnik hat. Und er ist vor allen Leuten bildungstechnisch übertrieben davongezogen. Aber jetzt ist Romantra 30 und spielt Fortnite. 27. Nee, aber tatsächlich was überkrankt ist, wenn ich mich mit so Leuten unterhalte, die halt weitergemacht haben, als ich dann aufgehört habe. Die sind immer noch dabei. Und der eine schreibt jetzt Programme für Airbus und für irgendwie für das DLR. Die nutzen alle nur noch sein Programm und promoviert irgendwie in Physik und so ne Scheiße, ne? Und das ist so ein Armgefag. Hier, komm her, komm her, komm her, komm her. Wo, 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 komm her, komm her, komm her. Wo, wo, komm her, komm her, komm her. Hier eine blaue AR. Markier, markier, ich sehe nicht. Komm her. Der Stubbel markiert nicht, dann komme ich nicht. Er hat Rattle-Royal getötet. Die sind in der Bude drin, ja klar ist hier mehr los. Wo? In der Bude sind sie doch drin, sag ich doch. Ich könnte auch was machen, ne? Ich loote einfach weiter, ich mach das schon irgendwie. Hab ihn so gesteilt, Digga. Ich hab ihn 90 Schaden gemacht. Oh, blaue Pamperser als Check, oder? Ist doch einer in der Bude drin, hier. Jaja. Zwei sogar. Da ist auch noch einer drin, ne? Ist das nicht dumm? Nein, hier sind noch zwei Leute drin. Die verstecken sich hier irgendwann genau. Ist das krank. Äh? Hab ich hier nicht jemand drin gehört? Jaaaa, hier sind zwei Spieler drin. Hier sind zwei Spieler drin. Hier sind zwei Spieler drin. Aber nicht, bei mir war doch auch ein Step, du. Die sind gar nicht mehr da. Ja. Doch, natürlich. Die sind hier drin. Bro, ich hab noch ge... Ach, wie kann man runter ins Haus? Das ist das Haus, wo es runter geht, Leute. Oder? Oh mein Gott. Der ist runtergefallen. Boah, ist denn die lost? Der eine ist komplett weggebackt, der ist tot. Heilige Scheiße. Er ist weft! Die sind echt verloren hier alle, die sind schlechter als jetzt Kartoffel. Das geht nicht. Lass doch mal den Sitz hier in Ruhe. Ich scanne die Umgebung. Wie lange braucht man ungefähr, wenn man wirklich auf Ernst einen Doktor schreiben würde? Fünf Jahre. Gegner hier, Gegner hier neben uns nehmen und Gegner oben. Also wenn du es ernst nimmst, ne? Du kannst vielleicht auch irgendwie einen 2-3 an irgendeinen runterballern, aber... Ey Leute, ich hab markiert, ich hab markiert, rafft euch. Ja, wir haben sie doch schon getötet. Das sind Bots, oder? Ich bin echt ein Spieler, Bro, niemals. Doch, hundertprozentig, die Jumper, die Jumper. Da, drei, vier Stück! Mann! Hab einen, ihr Schwänze. Hab zwei. Super. Kack, Boons. Was sagst du jetzt? Ja, war doch geil jetzt. Wo wollte ich das auch? Das sind keine Bots. Du bist im Bot, halt's Paul. So schlecht wie Sebo, krass. Nein, Mann, ich bin echt gut eigentlich. Aber nur in den Bauen. Ey, vielleicht mach ich das. Drei bis fünf Jahre nochmal neben Sümen. Nein, das machst du nicht, das machst du nicht so einfach nebenher. Machst du auch nicht. Du musst das ja meistens auch mit, also... Entweder du machst es als wissenschaftliche Arbeit noch an der... Nee, dann gehst du zurück, oder du arbeitest halt irgendwo und machst es da. Hey, 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 wir reden jetzt nicht über Arbeit, wir spielen jetzt Fortnite. Was ist, wenn ich es wieder guten Werk mache? Nein, los, 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 los. Lach da, Roatra. Deswegen ist, du brauchst den doch auch gar nicht. Ich weiß, es wird mir nur so, dass ich dann zum Max sagen kann, ob ich jetzt Doktor ansprechen. Ja, dafür schuftest du dann fünf Jahre, Alter. Geil, Mann. Kann man nicht... Warte mal, gib's nicht den... Das sieht so zwei hier aus. Fokus, Fokus, wie geil es hier aussieht. Du musst es mehr genießen. Du bist immer offen. Du bist noch nie on topic. Du bist noch nie on topic. So mal, wir schreiben den doch. Juhu, Alter. Es war jetzt schon mal. Wir sind alle on topic. Feeling lonely. Chicken, hold me. Okay, ich glaub, das wird jetzt mein Main-Character. Wen? Wer? Wer? Ja, die gerade. Die ich hatte. Die ich hatte. Boah, Sebo wurde mal wieder genascht. Ich hoffe, ihr habt genug Metze. Der gleich schreibt, ihr habt keine Metze, dann raste ich aus. Ist okay, ne? Ich benutze keine. Ich kann meine euch geben, so. Ja, zwei Honorare. Den habe ich auch gemeint. Den will ich haben. Zwei. Also, wenn du diesen Honorar-Doktor-Titel. Kennst du den? HC? Dann wirst du honoriert, weil du irgendeine herausragende Leistung in deinem Bereich gemacht hast, weißt du? Ja, den kriegst du dann nicht, selbst wenn du das probierst kaum. Ah, komm, hier nimm, Max. Dann trinke ich den. Ja. Du musst halt gleich schön gut spielen und nicht zu sehr rushen. Das bin ich auf der After-Party-Chat mit nem Bierfass. Weeeeh. Wir müssen gleich richtig schön, ähm, so ein Sturmgewehr-Reichweite machen. Da sind Sebo und ich OP und dann gehen wir in jeden Fight. Erst low machen, dann reinspringen. Versteht ihr? Warte mal, ich nehme einen Grappler mit. Und die Nades. Ihr müsst nicht mitkommen, wir müssen jetzt eh in die Zone. Ja, aber wenn da überhaupt Heal ist oder so. Wo geht ihr denn hin? Na, zum Airdrop. 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 Also bitte, bitte Chat, klippt das, bitte klippt es. Herr Strubbel, ich weiß, dass du gut bist, aber es geht jetzt darum, dass du zu mir und Zevo kommst und dann wieder Spiel nicht gehören. Bitte schön, Strubbel. Mir ist schwindelig, mir ist schlecht. Mir ist ganz arg schlecht. Hab ich. Sehr gut, Zevo. Er hat so ein Nagelbrett, habt ihr hier. Das ist ne Falle. Das ist ne Falle. Ich hab ne Ska mit Schalldämpfer drauf. Was ist, Chef Strubbel? Ich nervö. Du musst in meinem Chat darüber reden. Ich hab fünf Jahre dich gehasst mit dir. Ich liebe dich, aber ich hab's immer gehasst mit dir Fortnite zu spielen, weil wir nie zusammen waren. Aber ich hab dir doch jetzt aufgeräumt für dich. Ich hab doch Romatra geholfen und hab dir aufgeräumt. Es geht, dass du neben mir bist und wir zusammen auf die Gegner schießen, Chef Strubbel. Was heißt, du hast mir geholfen, Alter? Du hast geschrieben, Hilfe, Hilfe, ich bin tot und bin da reingerannt, Alter. Okay. Ich brauch Heilung. Was? Ich benötige Heilung. Ich benötige Heilung. Ich bin tot hilflich, Chef Strubbel nicht mehr. Er soll alleine da drin mit den internen Gegner entschillen, Alter. Ich benötige Heilung. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir zusammen mal in einem One-by-One auf einer Schräge sind. Einfach mit Sturmgewehr gemeinsam auf die Gegner schießen. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich mit der Lamm. Nee, wir kochen. Wer seid ihr? Da oben. Ich hab Lagerfeuer, wenn jemand möchte. No, no. Ja, ey, die holen sich den AirDrop. Bitte, bitte, bitte komm zu mir. Bitte einmal, Chef Strubbel. Ich warte doch hier auf euch. Ich weiß nur, dass die da oben den AirDrop holen. Haben wir ihn geholt. Wollen wir da hoch? Ja, komm. Wir müssen da eh hoch. Let's go. Links unten, am Berg ist einer. Der geht auch grad hoch. Siehst du den? Hast du den beamen? Ja, beamen ist halt schwierig mit den scheiß Waffen, ne? Wollen wir einfach hoch? Ja, komm. Der hat sich grad zu hier. Wir alle Zip-Line. Fiechen auf uns. Zip-Line ist nicht so gut, weil die halten uns. Ich geh wieder zurück. Die Riften. Auf uns oder was? Oh, die Skars. Geil. Haben wir noch nen Big Pot? Nee. Oh, oh mein Gott, wir haben uns gegenseitig. Was für ein cooler Clip. Bin gut. Aber war trotzdem cool. Ab ein. Ab ein. Richtig, richtig. Sehr gut. Zwei Down von denen. Zwei Down von denen. Der heilt sich jetzt. Jetzt rein. Jetzt rein, Chef Strubbel. Und mich hier revisen. Genau da drin. Sauber. Gut gespielt, Chef. Der ist weggeriftet, der eine, ne? Ah ne, einer baut hier noch, ne? Wimax, ich hol dich. Stopp. Siehst du, das ist die einzigen sind? Hier ist nur noch einer drin, Bro. Zwei waren down. Bewegst du dich, brech sofort ab. Ab ihn. Hör auf klein. Ja, hast du meinen, den ich genockt hab? Oh mein Gott. Wozu? Äh, Max hoch? Ja. Der ist wieder oben. Super, danke. Wer ist wieder oben? Kein Problem, dafür bin ich da. Riese Krono nicht. Ich patch bei mir hier ein schönes Lagerfeuer. Lagerfeuer war auch so cool immer. Wenn jemand ein besseres Jagdgewehr hat, würde ich es super finden. Was ist besser? Spass oder schwere Schrubflinte? Spass oder schwere Schrubflinte, Leute. Spass oder schwere Schrubflinte? Spass. Weißt du, du gehst halt direkt in die Dings und in die Base voll hin rein, dann kannst du die ganze Zeit durchdrücken. Ich hab halt hier eine, ja, ich glaub ich auch spiel lieber Spass, Alter. Hier liegt aber eine goldene, schwere, die Spass. Die Spass. Oh, die würde ich fühlen, die hab ich noch gar nicht gehabt. Hab markiert. Darf ich die einmal haben, Freunde? Hab sie markiert, hab sie markiert. Da hinten auf dem Feld. Es ist wie Fahrrad fahren, ich sterbe auch nicht. Ich verliere nicht mal Leben, Alter. Von mir. Hat ein Hit. Da. Doktor DNA. Der Strubel ist ganz woanders. Wo ist der Strubel denn, hä? Wo ist jetzt die Markierung? Ich find sie nicht mehr. Da unten. Geh mal zu der Strubel. Jetzt sterbe ich wieder, das gibt's doch nicht. Warum solltest du sterben? Vielleicht die Shotgun nicht krieg, weil die unbedingt haben. Ey, du bist einfach wirklich manchmal ein Knecht. Manchmal ist gut. Die snipen da vorne die ganze Zeit. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich werde jetzt hin gehen und sie abknallen. Knall die mal ab. Gott. Ey, ist der letzte. Oh, 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 stopp. Ne, ist der vorletzte. Nein, ist der vorletzte. Oh mein Gott. Trickshots, trickshots. Holt eure Jagdgewehr raus. Wie früher. Kein Jagdgewehr. Dann macht den Kill nicht, dann macht den Kill nicht. Ich weiß, darf ich ihn snipen mit einem Halbautomatischen? War auch nicht der letzte. Hab ich ihn be- Jetzt. Wo hast ihn geholt? Der letzte. Leute, der letzte. Meintest du nicht mit Trickshots und du laserst ihn einfach weg mit deiner, ja? Ja, ja, er wollte, ja, ja. Ja, ja, er will einfach den Kill haben. Der will nicht von den Kill her unter mir sein, so weißt du? Max, wie viele Kill hast du? Die peinlichste Szene von euch aller Zeiten. Die sind so peinlich. Was? Wie viel hat der Sackfurcht? Oh mein Gott, ich nehm hier das Ding mit zum Trickshots machen. Ey, warte mal wirklich. Ey, stopp, hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. Ich werd ihn no scopen. Ist das erlaubt? Aber einen guten, einen guten. Ey, hör mal auf, mach doch bitte nicht den. Mann, warum? Das ist seit 500 Jahren das gleiche. Es ist der letzte und wir können einen coolen Trickshot machen. Seit 8 Jahren gelingt es nicht, weil alle Griechen die letzte Kill machen wollten. Bereit machen, bereit machen. Ich hab den Kill, wollte ich kurz sagen. Bereit machen, bereit machen. Bereit machen. Es ist alles wie damals, es ist alles wie damals. Aber ist doch schön, ist doch schön. Der letzte Kill ist nie schön. Ich hab den letzten Kill nicht gemacht. Und jetzt noch so ein Lied ein bisschen unheilig hören. Wir sind geboren und es ist rubbeln. Wir sind geboren und es ist rubbeln.